Wenn ihr auch Lust habt, vor der untergehenden Sonne von Cocorino Beach Ball spielen wollt, dann kommt in die Ballast Residence! Ballast Residence ist perfekt! Oh, das ist ein wunderbarer Ort. Ja, das ist der beste. Die Sicht ist unverlässig. Es war eine schöne Überraschung. Wir hatten diese Atmosphäre nicht erwartet. Oh, ich bin Australien. Alex Zumbua, sehr liebevoller Gastgeber. Alexander macht ein sehr guter Café. Alex, er ist mein Bruder von einer anderen Mutter. Er ist mein Bruder von einer anderen Welt. Er ist ein guter Mann. Ja, jemand für uns ein Café. Das ist großartig. Er kennt alle Dinge in Cocorino. Seid ihr bereit. Ja, ich werde hier zurückkommen. Super, super! Mit dem Prank! Und was für dich? Sowieso! 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 Woher ist meine Bruder von einer anderen Welt. Es ist sehr, 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 sehr. Hier ist alles perfekt. Es ist sehr, 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 sehr. Will you recommend this place to anybody else? Absolutely. To anybody, everybody. I recommend it. Hello everyone, I'm Giovanni from Milan. And I'm Alexandra from Moscow. We love you! The house is beautiful. The cats are nice. Alex, you and Boab. Perfect. The days are over. Hello, I'm Miriam from Switzerland. And I'm Lucas from Austria. And life is like a song. Ooh, yeah, yeah, yeah. Also, we have the survistas, the pool, the good touch of the birds. And there are all the dear company of Alex. At last. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. I found a dream that I can speak to. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill that I have never known. Oh, yeah. You smile. You smile. Oh, yeah. Oh, and then the spell was cast. And here we are in heaven. For you are mine. At last. Oh, yeah. At last. At last. At last.